herzlich willkommen liebe wurstfreunde heute zeigen wir wie man eine köstliche wildbratwurst zubereitet lasst uns gleich loslegen für unsere wurst benötigen wir 2,5 kilogramm tiefgefrorenes wildfleisch 1,2 kilogramm bauchspeck das genaue rezept kommt wie immer in die beschreibung unten die genaue gewürzangaben während dem video zu sehen ich habe jetzt als wildfleisch habe ich schweine gulasch genommen man kann aber auch anderes nehmen das wildfleisch wird in würfel geschnitten und kühl gestellt so bleibt es frisch für die verarbeitung denken sie daran die gewürze genau abzumessen damit die wurst perfekt wird nun wiegen wir das gesamtgewicht ab damit wir die gewürze bestimmen können ich gehe mal schnell raus im garten mal gucken was noch alles so wächst da nehme ich noch ein bisschen koriander habe ich hier das ist jetzt optional da könnt ihr petersilie rein machen oder was ihr gerne möchtet da kommen wir zur gewürzmischung ich habe jetzt bergsalz benutzt könnt ihr benutzen was er möchte das sind jetzt genau 19 gramm bergsalz die gewürze sind jetzt alle auf ein kilogramm fleisch dazu kommen drei gramm unter pfeffer wird später noch aufgeschwortet daneben drei gramm pfeffer gemahlen fünf gramm paprika edelsüß dann aber 0,7 gramm knoblauchpulver frischer auch sehr lecker und zwei gramm massis oder muskatnuss ein gramm vier gramm kreuz kümmel optional dann haben wir neben dran noch mal ein gramm askerbinsäure vitamin c gut für die haltbarkeit daneben haben wir den muskatnuss und davon habe ich ein gramm genommen und ein teelöffel majoran pro kilogramm ist das alles nachgeschmack petersilie gartekräuter und so weiter wie ihr das gern habt jetzt müssen wir die gewürze mit dem fleisch gut vermengen dass alles gleichmäßig verteilt ist danach kommt alles durch den fleisch wolf ich habe die mittlere lochscheibe benutzt ist für eine ausgewogene textur wenn das fleisch durchgelassen ist gehen wir nach unsere gartenkräuter dran und tun unser brät gut vermengen das heißt das ist das wichtigste an der ganze wurst das müsste gut gut mengen ich weiß dass es sehr kalt und das kann auch einige minuten dauern bis es dann so weit ist ihr das jetzt seht dann bekommt ihr eine tolle wurst und die schmeckt auch gut danach formen wir zu ballen und schmeißen das in den wurstfüller rein so dass ihr keine luftanschlüsse bekommt die würste könnt ihr immer links rechts abdrehen oder immer eine freilassen und eine richtung drehen so geht es eigentlich am schnellsten die gemischte masse wird in den wurstfüller gegeben der da muss vorher ins salzwasser gewässert werden dann füllen wir die derme gleichmäßig um luftblasen zu vermeiden am ende haben wir etwa 40 würstchen die wurst schmeckt hervorragend wenn sie in der fahne langsam hoch gebraten wird zum grillen ist sie auch sehr gut geeignet ich wünsche euch viel spaß beim nachmachen abonniert meinen kanal um weitere videos nicht zu verpassen das rezept wie immer umgerechnet auf die gesamtmenge und natürlich auf das kino unterstützt meinen kanal damit ich weitere videos veröffentlichen kann herzlichen dank und bis zum nächsten mal